Muschi Kukutasana ist der Hahn auf Fäusten. Muschi heißt Faust und Kukuta ist der Hahn. Du kannst die Fäuste nehmen, die Fäuste auf den Boden geben und aus Padmasana, dem Lotus heraus, das Becken heben. Das ist eine Variation von Muschi Kukutasana. Fortgeschrittener wäre es, wenn du die Arme zwischen Unter- und Oberschenkel hindurch gibst und dann Fäuste auf den Boden gibst und dann das Becken hebst. Das können dir andere vormachen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.